Guten Morgen, ich bin Fabian Füger, Geschäftsführer der Bäckerei Füger Handmade. Wir suchen auf diesem Weg neue Mitarbeitende, und zwar Bäcker, Konditor, Grafisseur und möchten euch unser Geschäft näher bringen. Wir beschäftigen 90 Mitarbeitende an 4 Standorten. Wir dürfen hier direkt vor den Kunden die langgreifenden Teigen aufschaffen. Wir haben sehr nahe Kundenkontakte und bieten den Kunden auch ein Erlebnis und einen grossen Einblick in unseren wunderschönen Beruf. Es erwartete ein junges, dynamisches Team mit einer jungen Geschäftsleitung und einer ganz modernen Bäckerei, Konditerei und Grafisserie. Musik Wenn du dich angesprochen fühlst, dann schick doch heute schon deine Bewerbungsunterlagen. Wir freuen uns! Musik 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 Vielen Dank.